Eindruck hinterlassen Oh, da hinten sind noch mehrere Oh, den habe ich nicht gesehen Oh, da sind ja mal richtig viele Ja, aber so viele Muni habe ich nicht Ach, oh, das ist ein Pferd Machen wir schnell Munition Oh, wie die mich alle angucken Ich komme hier raus Oh, hey, hey Crazy shit Das waren viele Aber absolut kein Problem für Wade Waddle Das kommt mir gelegen Erkampfmusik, warum? Ah, ich weiß wieso Halsche Waffe Wollen es aber auch wissen, ne? Wenn wir mal friedlich hier durch die Gegend streifen Ob man attackiert Muss man sich wehren Schlimm, das Leben Guck mal, da sind da noch zwei Lorry Bobs Die kann ich mir auch noch schnappen Okay, sind schon viele Bye bye Mal schnell wieder neue Ja, Träumchen Da ist noch eins gestorben, ne? Aber wenn ich jetzt nicht genug Elektrosachen habe, weiß ich auch nicht Nice Geh nicht schon wieder Ich höre was Ich sehe nur nichts Wieso höre ich was? Wieso sehe ich nichts? Ach da Noch einer Ich glaube nicht Mitten ins Gesicht Oh ja Oh ja So, dann gucken wir mal Ich habe hier irgendwo ein Level abgemacht, ne? War das mit M? So Fertigkeiten Fertigkeiten Was können wir denn hier machen? Uh Hmm 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 Okay Okay Das sieht ganz gut aus. Ups! Ah, hier kann ich auch hoch. So ein nasser Stein. Ah, die hätte ich ja alle von oben erledigen können. Okay. Ups! Au! Ja gut. So. Dann wollen wir mal wieder zurück. Wir sind mitten in die krassen... Loots hier. Kein Scheiß. Warte, ich muss doch hier mal schauen. Die Umfrage hat mir übrigens überhaupt nicht weitergeholfen, by the way. Also kein Scheiß. Ob ich jetzt auf Deutsch oder auf Englisch denken soll. Eigentlich kam mehr auf Englisch... Ach, auf Deutsch raus. Weil ich bin so hin und her gerissen. Ich weiß, was ich tun soll. Ich weiß, was ist denn da? Englisch, it is done. Ja. Maybe. Jetzt habe ich die Greta nicht gefunden. Hast du die Feuerpfeile? Hab ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Ich war übrigens bei Karst und hab mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist sie auch wert. Vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. Hm. Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Okay. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Ups. Mit F kann ich einen Stein werfen. Ist rausgefunden. Kann ich mich denn ausruhen? Ah. Nichts passiert. Nichts passiert. Okay. Ich dachte schon. Man öffnet Ausgestoßenen. Manche Verbande waren zuvor ehrbar. Hm. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Ach du Scheiße. Diese Leiche. Was für eine Bestie war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne. Und sie sind etwas Neues. Etwas Wütendes. Seit sie vor zehn Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Oh, ja. Oh, Jemine. Aber nicht, dass ich so allen begegnen möchte. Wie viele Sterne möchtest du haben? Ja. Gar nicht übertrieben oder so. Okay. Diese Hütte. Was ist damit passiert? Eine Maschine. Das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen sollst. Oh, verstehe. Einfach erstmal alles looten. Was haben wir denn hier unten? Ein rechter Kadaver. Ich hol mir die Teile. Achte auf die Umgebung. Okay. Ich loote hier. Oh nein. Ich hab zu viele. Wohlstoffe. Ja, gut. Da auf die Umgebung. Okay. Warte, ich will nochmal gucken, ob ich irgendwas... ...verbessern kann. Mach ich das denn nochmal? Ach, mit O, ne? Ah, okay. 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 Ganz viel Schaden. Oh. Ich kann auch meine Outfits modifizieren. Aha. Ich bin wohl nackt. Okay. Okay. Ich kann nicht. Oh je. Ich werde tun, was ich tun muss. Jetzt ist es nicht mehr weit. Warum sind wir heute die einzigen hier draußen? Warum jagen die Stammeskrieger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder dein Tod, wenn du nicht aufpasst. Oh je. Ist ja motivierend. Immerhin kann ich hier den ganzen Shit looten. Gibt auch Tragekapazität. Ja, hab ich mir schon gedacht. Das ist wirklich ziemlich ähnlich wie Tomb Raider gerade. Also mit den Fähigkeiten und so weiter auch. Mit den Modifikationen. Ja, cool. Ist der uns jetzt schon entdeckt, oder was? Der ist riesig. Wie besiegt man ihn? Super. Was für eine Erziehung ist das denn? Hallo? Okay, wir können hier erstmal gucken. Wo ist er denn da? Gucken wir uns den Dude erstmal an. Schwäche Feuer. Ah. Oh je. Er darf mich nicht sehen. Er darf mich nicht sehen. Ja gut. Was das angeht. Wo wird der kommen? Wär einfach mal zwei, oder? Okay. Dann machen wir nur eins. Bin bereit. Bin bereit. Steinchen werfen. Hier bin ich. Hier bin ich. Wo ist denn der Dude? Oh, wenn der jetzt von hinten kommt. Huch. Ah, da hinten. Boah, Sekos. Hier. Ah, hier bin ich. Guck mal. Okay, letzter Stein. Ja, gut. I tried. Er ist entdeckt. Wie der haut ab. Du kriegst ja gar keinen Schaden. Mach nochmal den Scan. Hier musst du rein. Er fließt schon rum. Der traut sich nicht. Komm, schau, du Chicken. Schau. 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 Und? Und? Noch lebt er. Der will mich. Komm, ich hab extra hier meine Schleiderfalle gemacht. Schön leise jetzt. Schön leise. Letzter. Juhu. Nice. Ah, ich habe schon für fünf erreicht. Wollen wir den mal laden? Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. schon ein bisschen lustig. Wieso bin ich... Ja, geile Scheiße. Ich würde sagen, läuft. Wie mein Rohstoffbeutel ist voll. Toll. Achso, ich kann irgendwas neues levelen. Vielleicht kann ich mehr Sachen nehmen jetzt. Fertigkeiten. Verstehe ich zwar nicht, was das genau ist, aber nehmen wir mal. Wollen wir mal was herstellen? Outfits! Kann ich wohl nicht modif... Was ist das denn? Äh... Verderbnis. Ups, das wollte ich nicht zerlegen. Wuschtdorfer. Wuschtdorfer. Jetzt? Mit der Scherbenbilder-Fähigkeit kannst du Ressourcen und Modifikationen in 50% ihres Metallscherbenwertes aufbringen, indem du... Oh, das habe ich jetzt nicht gelesen. Was soll ich jetzt tun? Ich habe keinen Platz mehr. Absolut keinen Platz dafür. Toll. Das wollen wir wegmachen. Was denn? Rohstoffe. Was soll ich denn wegtun? Brauche ich alles. Ich weiß nicht wie. Hiervon vielleicht. Das brauche ich alles. Das ist alles important. Euch alles. Und herstellen. Herstellen. Okay, ich habe jetzt mal blind irgendwas hergestellt. Ah. Nehme ich mal. Nehme ich mal. Ja, Träumchen. Holz brauche ich dafür. Okay. Jetzt kann ich da wohl richtig viel nehmen. Träumchen. Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein. Folge mir. Okay. 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 Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagst es, ich brauch sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung. Und wenn ich weg bin. Wir sind hier fertig. Folg mir. Hm, aber der Abhau und der Dude. Es dämmert. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Ich verstehe die letzte Lektion, Rost. Wirklich? Aber wenn ich für etwas einstehen soll, muss es etwas sein, an das ich glaube. Ich hoffe, du findest es. Ich hoffe es. Lass uns zurück zur Hütte gehen. Ich gehe noch nicht dorthin. Ich habe andere Pläne. Oh. Und zwar? Ich warte auf dich, wenn es Zeit ist. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Werden wir. Okay. Ab zum Ausrüstungshändler.